Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Play-Rolls mit mir und dem Tobi! Hi! Wir haben 8 Uhr. Leute, wir sind in der 8 mal einsam. Wie es sich so viele gewünscht haben und es ist das erste Mal, dass ich auf 8 mal einsam bin. Ernsthaft? Haben sich das viele gewünscht? Tobi, wir sind nebeneinander. Oh nee, lass einfach nicht direkt dran. Aber denk dran, kein Team. Ne, aber Friedenspakt. Unauffälligen Friedenspakt. Ne, ich wollte gerade sagen, unauffällig. Wir stehen einfach in der Mitte nebeneinander machen nichts. Ja doch, da müssen wir uns dann tun. Ja, ich weiß. Aber erstmal nicht so direkt zu. Baut dich erst gar nicht in die Mitte, Tobi. Vergiss es direkt. Ist meine Mitte. Ja, irgendwie hab ich... Wo ist die Mitte auch da? Was? Ja, hier sind 10.000 Inseln, ne. Baust dich schon in die Mitte, du Penner. Äh, nein. Nein. Was musst'n du da drauf? Das ist ja ne absolute, absolute Frechheit. Ist ja ne Lüge. Brauche ich mich überhaupt? Ja, okay. Alter, warum ist die Mitte denn hier so weit weg? Äh, 64 Blöcke. Ernsthaft? Glaub ich. Als ob. Die ist 10.000 weg. Boah, mein Weg sieht echt hübsch aus. Oh Gott. Äh. Na, bau dich doch. Alter, ich bin grad so langsam im Bauen, ne. Oh, Team Pink ist schon mal vernichtet. Ne. Ne. Vernichtet noch nicht. Ne, Team Pink hat noch eingepillt. Holy shit. Holy shit. Man muss sagen, ich hab grad nicht wenig Gold dabei. Ja, du warst der erste in der Mitte noch. Ja, schon so ein wenig. Aber nur ein kleines bisschen. So. Jetzt wird der Team Pink vernichtet. Und da ist das nächste Bett kaputt. Welches Team bist du? Damit, äh, ich dich nicht töte oder weiß, wenn du dein Bett vernichtet wurde, dass ich dir helfen geh. Aua. Ich bin Team Gelb. Hä, wieso bist du down? Nämlich hat ein voller Köpter Blauer getötet, der jetzt zu mir kommt. Oh, oh, Tobi, nicht sterben, bitte. Ich möchte, dass du bei mir wohnst. Bis in alle Ewigkeit. Will er echt zu mir kommen? Soll ich den mal runterschießen? Nö, nö. Hab ich schon selbst erledigt. Aber nicht runtergeschossen. Das wär ja viel lustiger. Was macht denn der, was macht denn der Orangene? Will er mich so ein bisschen verarschen? Verpiss dich. Diese Orangenen, ey. Erstmal wieder hier. Schön gegen die Orangenen. Schön kind of Rassismus. Nein, natürlich nicht. So. Ach, Alter, ich wäre gerade fast in meinen eigenen Tod gelaufen. Ja, in meinen eigenen, du hast richtig gehört. Wenn macht der Schwarze oder Blaue? Schwarz, Blau, whatever. Ach, der Orangene will Beef, Tobi. Ja, ich auch Das tust du nicht, sonst bist du tot Das ist das Problem an der Sache Ja, deswegen ist das der Vorteil an dieser Map Wenn man zuerst in der Mitte ist Boah, ich würde den Orangen gerne aus dem Weg räumen Dann könnte ich auch in der Mitte campen So bleibt mir diese Möglichkeit unter Tobi, darf ich dich jetzt runterschießen? Du kannst es ja woraus besuchen Wenn du es schaffst Ja, ich treffe dich auf jeden Fall So Sollte ich das jetzt machen oder sollten wir Ja, ja, nein, wir spielen bräuchten dann noch Ja, komplett Nein, noch nicht Ja, okay, ja gut Aber sonst, hallo, du musst ja auch hinterher für deinen Sieg sorgen Ja, das stimmt, genau Weil da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, dass du dir das ganze Goldsmackst Weil dann wärst du ein ernsthafter Konkurrent gewesen Ja, siehst du Ja, genau Da musste ich halt ein bisschen vorsorgen Ach man, was macht der denn? Das tut mir immer so leid, wenn ich die ganzen Leute Die sich auf so eine 8x1er Map gerade... Ach Tobi, komm Stop that Die sich auf eine 8x1er Map... Ja, ich bin ein YouTuber Ach so Und ich bin Kopsapplp von Rang her Bosspammer bin ich jetzt Ja, ich bin Bosspammer Weil ich... Du bist Rang... Ach, ich bin Geld Bosspammer Ne, ich bin Rang-Bosspammer Das ist ein Prägnum-Rang Mach ich auch dann... Mach ich auch dann Dafür musst du erst mal in die Mitte kommen, Schwarzer Black man Oh, 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 oh Hä, warum machst du das? Okay Ja, Tobi, lass mich mal kurz... Oh, der Orangen... Okay, okay Okay, jetzt reicht's Also wir müssen ja eigentlich rein theoretisch alle gleichzeitig kommen Aber die wollen das irgendwie nicht so, hab ich das Gefühl Ne, ich lass euch jetzt auch in die Mitte Was? Geil Dann kann ich mir... Nein, Tobi, warum hast du mich getötet? Ja, weiß ich nicht, hatte ich Bock drauf gerade Jetzt ist der Schwarze da, ne? Ja Pass mal bitte kurz auf mein Bett auf, Tobi, ne? Ich sag dir nur, wenn einer kommt Ich verhindere das nicht Nein, brauchst du nicht verhindern Ähm, ich will nur eben dir in Orangen Oh, fuck, der Rückstoß starb Hat er kein Schwert? Ich renne jetzt einfach zu schwarz durch Ey, komm, mach das, ey, dann bist du der King Ha, ich hab ihn nur ver... Ja, ich hab ihn runtergeschossen mit all seinem Gold Ähm, runtergeschlagen Aber du bist auch gestorben Jetzt baut sich der da in die Mitte Was soll die Scheiße? Nein, ich treff ihn auch noch nicht mal Ah, das ist traurig Doch, hab ihn Ähm, ciao Jetzt ist der Tobi in der Mitte Okay, da muss ich aufpassen Ach man Ach man Kannst du mich ja kurz in Ruhe lassen? Ja, aber sonst hast du halt einen Bogen Hey, nein Es baut einfach kein Gold Nein Ich lauf nur in den Kreis Nein Ich hab dir nur einen Boost gegeben, Alter Entspann dich mal Null Hä? Hacks Bist du runtergefallen? Ähm Orange und Türkis teamen Ja, geil, kannst du Orange und Türkis teamen Ja, steig ruhig Die gehen jetzt beide Apps Okay Boah, Alter Das kannst du wohl echt nicht sein, weißt du Ich bin so weh, Alter Ich hab Gold und Schwarzgeldende mit der Schnellen Bogen Wir machen es mindestens unaufwendig, ja Und Türkis auch Hä, wir teamen ja auch gar nicht Ja, das stimmt auch Wir haben nur einen Friedenspakt Das machen alle YouTuber eigentlich Also falls jemand von euch Bock hat, die zu reporten, gerne Genau Oder du kannst es machen, falls du Bock hast Ah ja, so viel Bock habe ich nicht, aber Ich kann das ja einfach einsenden Ich lasse das übrigens in der Mitte Ich lasse das ja so wie Ja, ich weiß, aber Ich hab halt Ich will jetzt erst Orange vernichten, wenn du dieses Gefühl von mir verstehen kannst Das ist jetzt einfach ein inneres Anliegen, was ich habe Verstehst du das? Oder ist das nicht so richtig? Ich kann einen schwarzen Teil, weil der einen Bogen hat Jetzt ist der Orange bei Türkis und will das bestimmt zerstören Aber da hat er die Rechnung Nein, ich hab den schwarzen nicht bekommen Schade, Tobi, schade, schade Das hat einen Bogen und einer baut deinen Weg ab Und das soll er machen, interessiert mich nicht Juckt mich gar nicht Ich baue mich jetzt nichts Und das ist Türkis, der deinem Weg abaut Und der baut jetzt auch meinen Weg ab, was ich nicht so geil finde Orange, du kommst bitte jetzt erstmal kurz nicht zurück, danke Oder geht zumindest tot zurück So, Dankeschön So, tschüss Das war's mit deinem Leben und dem von Türkis Ach komm, Türkis Hänge ich auch noch vielleicht hinten dran Wollte, schreibt es jetzt in die Kommentare Oh, schwarz hat ein Bogenturm, kannst du immer bitte schnell gehen Ernsthaft? Oh, dann hänge ich Türkis doch gerade nicht an die Kommentare dran Äh, an die Kommentare hänge ich Türkis jetzt gerade doch nicht, oder? Hätte ich jetzt so leicht gehen können Mich? Nein Naja, also dein Bett Ich war nur einen Weg von meiner Base entfernt Achso, scheißegal Hätte ich da zu kühlen können So, jetzt snipe mal bitte schwarz Ja, das Problem ist halt, dass ich keinen sicheren Weg dahin Ich versuche schon da Okay, warte Deft mein Bett Ja, mach ich Alter, der trifft auch Nee Dann ruhe Hm Ich weiß, man Ja, probiert den Schwarzen Mann zu können Ja, warte Macht die Türkise gerade sein Bett? Ich sehe es nicht Nee, der rennt in die Mitte leider Ja, dann prügeln die sich nicht Ja, aber ohne die Kripp hat der Loll, der Schwarz rennt zurück Ich renne in die Mitte, lass mir Gold Ja, nein, hol das Bett von Türkis Aus, Tobi Nö Alter Torben Es war so unnötig Wie soll ich denn bitte zu Türkis kommen, wenn ich nicht in der Mitte bin? Achso, ja, okay, das stimmt Oh, das ist so scheiße von dir Ja, das tut mir leid, Bruder Dann Aber du hast gesagt, ich soll mir einen Vorteil verschaffen Ja, aber wenn ich Türkis zerstöre, ist das ein Vorteil Das ist richtig Tja Und mein Bett ist sowieso richtig krass eingebaut Da würde ich dich sowieso kriegen Aber guck, jetzt kommst du zum Beispiel Ich will dich gar nicht töten Ja, nee, ich lauf Du läufst rein zufällig jetzt zurück zu deiner Base Oh Okay, dann halt noch nicht Dann halt dich noch Ja Wer portet sich denn hier bitte nach Hause? Was? Oh nein, Schwarz war nicht an seiner Base Ach man Dieses Leben ist so unfair Der war bei, keine Ahnung Ja, der war bei Tür Pink Und was willst du mit dem Schwarzen bei seiner Base? Ja, ich will nicht, dass der Schwarze bei seiner Base ist Weil dann kann ich das Schwarz-Base-Bed kaputt machen Okay, Torben, wenn man rein zufällig zurück Okay Ich bin jetzt ganz zufällig kurz eben an meiner Base Ist das in Ordnung für dich? Ja Okay Ist das in Ordnung für alle Team Für alle BadRosh-Spieler hier in dieser Runde? Okay, Türkis kommt noch oben Nein, ich kriege ihn nicht mehr Doch Hab Türkis, Maven, geschlachtet Willst du deren Bett kaputt machen? Hast du da gerade Lust drauf, oder soll ich das erledigen? Nein, ich mache jetzt erst nochmal mein Bett ein bisschen besser Ja, das ist doch eine gute Idee, oder? Ich kann mir wahrscheinlich gerade noch mal 100 TNT Schafe kaufen Ist stark, oder? So Let's do this and this And this and this And this Ich renne mal wieder auf einen zufällig aus der Mitte raus Ach, für mich? Ich weiß nicht, für wen Ich renne einfach so weg Ja, du hast jetzt auch einen Bogen Das ist ja auch nicht schlecht Jetzt muss ich halt Angst vor dir haben Falls du kommst Vor dem großen Tobi muss man immer Angst haben Außer wenn er kein Bogen Ich wurde mit all meinen Sachen kaputt gemacht Ja, herzlichen Glückwunsch Nein! Du brauchst ja Hilfe Nö, nö, nö Doch, gäbe es dein Bett? Ja, ich war es Krieg ihn doch Okay Hauptsache krieg ich nur noch ein Knockback drin Soll ich ihn abschießen? Ja, wäre ganz geil, wenn du mir hilfst Ja, ich kriege ihn Ich kriege ihn nicht mehr Dann komm mal bitte Tötchen rein Aber das wir dann Soll ich machen? Nö Ah, okay, sehr gut Sehr gut Ja, ich mach dir ein Bett kaputt Wenn du meins kurz in Ruhe lässt Ja Dann machen wir nachher vor den Türkis Mach bitte kurz Einen Shorten Abgang Ach, ich muss ja Auf den Schwarzen aufpassen Ach, es lebt ja auch noch grün Du bist grün Ähm, stimmt Aber dann lebt halt Ne Blau lebt noch Ah, jo Ne Blau hat aber keinen Spieler mehr Okay Okay, Top Ich gehe ganz zufällig gerade in meine Base zurück Und wenn ich zu schwarz Und du zu Türkis Okay, mach ich Machen wir so Ist gebongt So Pass auf Schwarz hat einen Bogen, ne Glaube ich zumindest Es sei denn Der wurde Er rennt da oben Immer lang So ein bisschen Du bist gerade in der Mitte, oder? Ne What the fuck Wer ist das? Das ist der Türkise Ja, das ist der Türkise Ne, der darf sich jetzt keinen Bogen kaufen Der kleine Zigeuner Das finde ich jetzt nicht in Ordnung Ach, der hat den Weg abgebaut Ja, hier komme ich nicht lang Ja, wieder kommst du nicht lang Ja, weil der den Weg abgebaut hat Und der hat jetzt einen Bogen Kann ich nicht Ich habe nicht genug Gold Mann Das wäre cool Die nerven mich Der Nervt mich Nicht die So Und vergiss nicht dich Wenn du beim Venager kaufst Immer so hinzustellen Dass du deinen Weg im Blick hast Weil Wenn du hier einmal stirbst Ist das Ziemlich scheiße Muss man sagen Ich bin die ganze Zeit gestorben Ja gut Wenn ich hier einmal sterbe Weil ich habe gerade so ein bisschen Equip dabei, ne Ja Der Türkise wird jetzt mit seinem Billigbogen die Mitte halten Das ist ein bisschen ärgerlich Wieso? Das lag mir nicht Diese TNT-Schärfe sind echt Die dummste Wo sind die? Alter, wo sind die? Hä? Nein Wo seid ihr? Wie ihr sprengt mein Bett kaputt? Ja, die stehen einfach am Rande Zu meiner Insel Zu dir Solche richtig behinderten Viecher Guck sie dir an, Tobi Guck sie dir an Hast du gesehen? Hast du, oder? Wichs Viecher, ey Okay, Tobi Wenn du jetzt den Türkisen in der Mitte ablenkst Dann baue ich mich jetzt zu seinem Bett Ja, zwei Sekunden Ne, zwei Sekunden habe ich nicht Jetzt Lol Der Türkise Hä, wer ist das denn? Ne, das ist der Türkise Der rennt zurück Ich halte noch ein bisschen die Mitte Ich sehe das Schwarze schießt jetzt auch mit dem Bogen auf den Alles klar Schwarze hat übrigens einen Bogen Pass auf, Tobi Der Schwarze hat auch einen Bogen Also, wenn du den aus dem Weg räumst Dann gewinnen wir das hier zusammen Also, nicht zusammen Sondern, dann sind wir beide im Endkampf Ach, der, hallo Ja, der Türkise Ey, ich will mich jetzt hier nicht mit Endstorm rüberbauen Bei allem Bei aller Liebe Du bist da hinten bei Pink, ne? Ja, gut Okay, Schwarz hat mich auf mich geschossen Ist gut Und jetzt Der Tom, def mein Bett bitte Ja, ja, mach ich Also, nicht direkt, ne? Aber ich passe halt auf den Türkisen auf Ja, und snipe ihn mal runter, wenn er kommt Der vercampt sich Der muss halt aufpassen, dass ich ihm jetzt nicht sein Bett kaputt mache Deswegen Vercampt er sich die ganze Zeit hinter sich In seinem hässlichen Wohnwagen In den schwarzen Ach, davon noch Boah, Alter Ich krieg den halt Ich hab Ich glaub, der hat einen Bogen Nee, hat der nicht mehr Der Türkise Hat der noch Ja, ich wette, der will mich trollen Und wartet, bis ich mich hier hinbaue Um mich dann abzuschießen Oh, er kassiert aber gerade Oh, er kassiert aber gerade Vom schwarzen Troll Tobi, du kannst es jetzt Alter, er hat mich getroffen What the fuck Respect Lol Schicker Schuss Der hat nicht mehr viel Ja Ja Ja, der schwarze Ich hab das gesehen Baut sich dann seinen Baum rum Jetzt baut er da hinten so eine Wand Damit er da nicht mehr Runterfallen kann Ja, siehste Da kommt der volle Kripp mit Bogen Der Türkise Bisschen gut da Ja, wie soll ich denn jetzt zudem Das ist doch echt Ach, keine Ahnung I do not know Zack Boah, Alter, hab ich viel Bronze Holy shit Daran werde ich sowieso nicht denken Meine lieben Freunde Aber gut Dafür könnt ihr mich dann In den Kommentaren wieder zuspämen Wo dran? An Rettungsplattform Genau wie der eine Tobi In der Endergames-Folge Der hat geschrieben Du hast bei Minute so und so Diamantstiefel übersehen Da dachte ich mir so Ja Stimmt aber nicht Ich weiß Und außerdem Dachte ich mir dann so Ja, das bringt ihm Tobi Jetzt im Nachhinein Ja, ich hab ihn Das bringt dem Tobi Jetzt im Nachhinein Ziemlich viel Weil der geht jetzt einfach Wieder in die Runde rein Holt sich eben die Diamantstiefel Und ähm Ja, gewinnt das dann eben Wegen den Diaschuhen halt natürlich Der kann noch nicht viel haben Ey, das kann nicht wahr sein Der will die ganze Zeit Der Schwarze will mich halt abschießen Wenn ich jetzt zu Türkis gehe Nein, schieß der nicht Ich halte ihn in den Schach Okay, gut Oh ja, ich bin nochmal richtig geil getroffen Oh shit, oh shit, oh shit Okay, ich bin da Also ich bin sicher Ja, Christian Wir machen das Ganze jetzt auf die altmodische Art, ne, Sophia Okay, ich muss nicht mal zurückziehen Kann sein, dass jetzt wieder auf die Schießt Ja, tut er Ja, Alter Das nervt so Man muss den halt immer runterkicken Ich dachte Ja, bau den ein Lol, hi Läuft bei dir Ja, stimmt Ist so ein Plan, den du da hast Ja, meine TT-Schafe nerven mich gerade selbst dabei Holy shit Die haben einen Teil vom Bett in die Luft gesprengt Das war eine coole Sache Er hat ein Schwert Auffall Wäre nicht, wenn du den Schwarzen dann gleich einmal so töten würdest Dann könnte ich zudem Ich versuch's Erfens muss ich den Türkisen hier töten Und, Alter, der hatte 34 Gold in der Enderkiste Da frage ich mich so ein bisschen, woher Aber das war's jetzt mit ihm Ich hab' ihn schön mit Endstone eingebaut Das war's von deinem Bett Das war's von deinem Leben So, okay Schieß mal bitte auf den Schwarzen Ja, der versteckt sich da gerade so ein bisschen Dass ich den nicht erreichen kann Aber gut Wir dürfen das jetzt nicht zu auffällig machen, Tobi Ja, ich war's geil Rennen an für zurück zu deiner Base noch machen Okay Weil ich darf jetzt nicht zu auffällig zu dir in die Nähe rennen oder so Ja, ich hab' Angst, dass der Schwarze mich hier runterschießt Ich baue mich jetzt langsam zu ihm Ja, er schießt mich ab Du, jetzt kannst du dich hinbauen Ich halte ihn in Schach Oh, er hat nichts mehr, quasi Oder unten ist er Ja, er hat einen Schuss mit dem besten Bogen abbekommen Und ist runtergefallen Er hält noch drei Schüsse von mir aus Krass Oder zwei Kann er jetzt mal darum gehen Ich renne mal ganz kurz in die Mülle Gönn die mir mal ein bisschen, du Alter, liegt hier was rum, ey Schnieke Angelegenheit Okay, cool Alter Ach, hier ist seine Enderkiste Erstmal abbauen Bringt ihm jetzt zwar auch nichts mehr, aber gut So Ach, ich könnte dein Bett so schön abbauen Oh nein, Tobi ist weg Oh nein Ja, sein Bett gönne ich mir jetzt trotzdem noch Einfach Weil ich dann noch ein Bett abgebaut hab, Leute Boah, hat der jetzt krass eingebaut, ey, Digga Ach komm, ich lass es Ich hab besseres zu tun, echt, ey Der hat sich das so dick da eingebaut Und er rennt in die Mitte, der kleine Kollege Boah, da wäre wer jetzt erst mal getroffen hat Boah, da ging jetzt meine Anspannung gerade ein bisschen hoch Okay Ich bin gerade minimal angespannt Aber nur ganz, 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 ganz kleines bisschen Schade, hätte ich jetzt noch hier ein T-Shirt, aber das wäre cool Leider habe ich alle für den kleinen Türkisi aufgebraucht Obwohl mir das einfach gar nichts gebracht hat Komm, mach Köpfchen hoch Ja Komm schon Hä Danke Ja, okay Ciao Ich hoffe, er hat nicht noch einen Bogen in der Kiste Irgendwie haben wir alle extrem viel Gold Also ich denke im Notfall an meine Rettungsplattform Habe ich direkt draußen Okay Das wäre geschafft Essen Nicht vergessen Bann wegen heftig Okay Ja, weißt du, das nennt sich Bogen Das nennt sich Power 3 Bogen Wer hat so Oh shit, Alter Er hat hier mit Fallen totgepuntert Aber ich sehe ihn noch Okay Okay, da sind die Fallen wieder weg Okay Stark GG War auf jeden Fall ne gute Runde Jo Leute Ja, wenn euch das gefallen hat Dann lasst doch einfach Also 25 Minuten ging die Schicke Sache Wenn es euch gefallen hat Lasst ne positive Bewertung da Und Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Dann abonniert doch Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Alter, ich bin grad noch so ein bisschen so Vor allem wegen dem Fallen am Schluss Aber gut Das war's dann von ihm Schade, dass der Tobi so unglücklich Ja, rausgekickt wurde Ich hätte mir gewünscht Ich hätte noch ein schönes Endbattle mit ihm machen können Ich hatte ja am Ende über zwei Stacks Gold Also es wäre eigentlich für mich auch locker entschieden worden Außerdem bin ich eh viel besser als Tobi in Bad Wars Ne, in Bad Wars bin ich echt besser In vielen anderen Sachen Zum Beispiel in Ender Games ist der Tobi besser In Survival Games sind wir relativ gleich gut Weil wir beide halt unterschiedliche PvP-Skills besser ausgeprägt haben Ich bin mehr so der Nahkämpfer Tobi mehr so der Bogenkämpfer Und Ja Genau Obwohl in Rage Mode bin ich trotzdem besser als Tobi Verstehe ich nicht Naja, egal Genau Wenn ihr es so verpassen wollt Sehen wir uns beim nächsten Mal Abonniert uns Wenn Ach, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder Leute, haut da rein Und ciao Oke Ja